hey ich bin's wieder chris und es gab ja neulich ein update auf obs 28 und seitdem konnte ich eben ja kein stream mehr starten hier und auch keine aufnahme mehr für youtube weil dann immer dieser fehler kam hier nur eben auf deutsch ja dass es fehlgeschlagen ist den nv enc codec zu öffnen und dass die funktion nicht implementiert ist und dass man eben sein seine seine grafik kartentreiber im jahr aktualisieren soll updaten soll ja dann habe ich erst mal weil ich eben schnell erst mal stream wollte an dem tag da habe ich erstmal übergangslösung gemacht wo es erst mal ging da bin ich auf einstellung gegangen in obs und dann auf ausgabe und habe dann hier den encoder erst mal auf software umgestellt das war aber keine langfristige lösung weil das liegt dann bei mir instabiler der stream und das war halt einfach nicht so gut ja was dann am ende das problem für mich gelöst hat war folgendes und zwar habe ich dann hier bei google meine grafikkarte eingegeben und dann halt eben treiber noch dahinter ja falls ihr eure grafikkarte nicht wisst könnt ihr einfach hier auf das windows symbol gehen dann gerätemanager eintippen dann darauf klicken und dann seht ihr hierbei grafikkarten wie eure grafikkarte heißt ja die dann wie gesagt bei google eingegeben und treiber für die gesucht und bin dann hier in meinem fall auf die seite von nvidia meine grafikkarte eben hier drauf auf die offiziellen treiber und hab dann hier meine grafikkarte eben genau ausgewählt und habe mir dann hier den studio treiber in meinem fall runtergeladen weil ich eben mein laptop ja nicht wirklich zum spielen nutze sondern fast nur eben ja für livestreams videos aufnehmen und so weiter deswegen der studio treiber die bessere wahl und habe das dann eben gesucht den treiber und mir dann hier die neueste version von vor einem monat circa oder nicht mal vor ein paar wochen eben hier runtergeladen und installiert und als ich das gemacht hatte hat es dann auch wieder funktioniert in obs und ich konnte wieder ganz normal ja stream und aufnehmen und das ganze eben auch hier mit der mit der hardware hier beim encoder eben mit hardware so dass es eben wieder stabiler läuft hier noch mal der beweis ich habe das vorhin noch falsch eingestellt das ist jetzt hier auch wieder mit dem hardware encoder funktioniert die aufnahme ja falls es bei euch nicht klappen sollte so und es geht immer noch nicht dann einfach mal einen anderen treiber ausprobieren für eure grafikkarte und ja ansonsten könnt ihr natürlich auch noch falls es in eure grafikkarte schon so ein extra programm habt zum beispiel hier bei invidia kann man rechte maustaste drauf gehen und da gibt es hier dieses nvidia geforce experience so ein extra programm von invidia ja falls ihr das habt oder man kann sich so extra runterladen da kann man auch reingehen und kann dann eben auch seine grafikkarte direkt hier auf neue treiber untersuchen und die dann hier direkt darüber auch installieren wäre auch noch eine möglichkeit ja schreibt gern mal in die kommentare ob ihr da noch eine bessere lösung der herausgefunden habt vielleicht und ansonsten wenn ihr mehr solche videos sehen wollt um eben ja auf youtube wieder da voranzukommen und da eben auch nicht so viel zeit zu verlieren zum beispiel mit solchen fehlern dann schaut gerne hier euch unsere youtube affiliate playlist an verlinke ich euch beim i und in der video beschreibung da hatten wir zum beispiel beim letzten video auch wie ihr youtube kanäle mit ad erwähnen könnt im titel und in beschreibung ab 500 abos für eben mehr aufrufe und wenn ihr ja auf youtube noch mehr geld verdienen wollt auch dann verlinke ich auch unser affiliate trainingslager in der video beschreibung und beim i inklusive dem boni die es noch dazu gibt und da habe ich uns eben dokumentiert was mir geholfen hat von 0 auf bis zu 226 euro provision am tag zu kommen auch mit viel marketing was man jetzt überhaupt mit youtube verbinden kann und hier wird dann bald auch mal noch ein neuer youtube kurs dazu kommen hier 1000 youtube abos training wie man die 1000 youtube abos erreicht ist geplant bald und ja den kann man sich dann hier auch holen um da eben ja wie gesagt und ein geld mit youtube zu verdienen gut dann wünsche ich euch ja viel spaß und viel erfolg und dann bis zum nächsten mal ich freue mich auf euch schau euer chris